Sag mal, hast du deinen Ingo auf die Öd gesetzt? Nee, viel besser. Ich habe heimlich unseren Internetanschluss in das Cottbusser Netz umziehen lassen. Der geht jetzt so schnell, dass Ingo zwischendrin nicht mehr zum Naschen kommt. Du bist so gemein. Aber das will ich auch. Wo gibt es denn dieses Cottbusser Netz? Bei Mito und Wer, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleko in der Hegelstraße 2. Oder unter internet-cottbus.de Untertitelung des ZDF, 2020